Jo, willkommen wieder auf meinem zweiten Kanal in Kev und willkommen auch zu einem Real Talk Video, denn einige hatten sich schon die Frage gestellt, mache ich eigentlich YouTube und Twitch hauptberuflich? Habe ich eigentlich schon begründet, dass ich das nicht hauptberuflich mache, aber was mache ich eigentlich noch nebenbei? Und darauf möchte ich heute mal in diesem Video eingehen. Ich bin gerade eben hier in der Zentrale, liegt einfach daran, dass wir es gerade mal 8.19 Uhr haben und von daher kann man das schon mal noch drinnen aufnehmen, weil draußen, ja, keine Ahnung, die Vögel sind einfach zu laut. Irgendeine Ausrede muss ich ja finden, damit ich jetzt hier drin bleibe und ein gutes Gewissen habe. Alter, kenne ich das auch, wenn gutes Wetter ist, ihr seid drin, zockt eine Runde oder so und habt dann ein schlechtes Gewissen, weil ihr nicht draußen wart, das ist bei mir eigentlich immer so. Aber jetzt ein anderes Thema, ja, zumindest hat mich schon einige gefragt, ja, machst du YouTube und Twitch hauptberuflich? Ich habe das ja schon alles begründet, dass ich das nicht hauptberuflich mache, aber ich wollte eigentlich bloß mal eingehen, was eigentlich mein Alltag ist, beziehungsweise was meine ganzen Aufgaben sind, wo ich überall tätig bin, was ich mache und keine Ahnung. Ich werde bestimmt noch das eine oder andere vergessen, was ich so noch manchmal mache, aber, ja, darauf, ich denke mal, es sind da nicht so extrem wichtige Dinge. Gehe mir erstmal darauf ein, wie momentan eigentlich mein Tag aussieht und was ich dahingehend auch alles mache. Also bei mir ist es momentan so, dass ich, ja, arbeiten gehe. Ich mache das Ganze ja halbtags, also an sich gehe ich normalerweise von, gerade in den Ferien von 12 Uhr bis 16 Uhr arbeiten. Wenn, wenn, sobald mal irgendeine Erzieherin, da ich ja Erzieher bin, sobald irgendeine Erzieherin krank ist, muss ich dann halt dementsprechend 8 Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, ich mache das Doppelte an dem, was ich sonst arbeiten müsste und kann mir dann halt dann später auch Absetzer nehmen, also Tage, an denen ich nicht arbeiten muss, irgendwann mal im Laufe des Jahres. Ja, das ist momentan so das Ding. Also ich gehe arbeiten 4 Stunden in der Regel, kann aber wirklich auch sein, und das war auch jetzt schon öfter der Fall, dass es mal 7 oder 8 Stunden am Tag sind. Wenn ich dann ungefähr wieder zu Hause bin, beziehungsweise bevor ich arbeiten gehe, mache ich halt manchmal solche Real-Talk-Videos wie die gerade eben. Ich habe jetzt gerade eben noch bis 11.30 Uhr Zeit, hier die Videos zu machen, oder ich bearbeite ein Video auf meinem Hauptkanal und so weiter. Die Zeit, die kann ich mir da einteilen. Ich könnte auch theoretisch Sport machen, aber momentan habe ich dann auch noch Fußballtraining, aber darauf möchte ich noch genauer eingehen. Ja, und zwar liegt es bei mir auch noch so daran, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, viel Sport zu machen, also auch mal so ein bisschen Kraftsport zu machen. Ich habe, wir haben so einen Raum sozusagen zur Verfügung, das ist ein Partyraum, da hast du halt wenigstens den Platz, dass du ein bisschen Liegestütze machen kannst, Hit-Ups machen kannst und so weiter und so fort, was halt auch relativ angenehm ist. Das mache ich auch schon seit einer Zeit so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt wirklich jeden zweiten Tag dort hinsetze, hinstelle und mache dort überkrasse Übungen, damit ich mega aufgepumpt bin oder so, aber ich mache das gelegentlich, also alle drei Tage, manchmal auch trotzdem alle zwei Tage, aber kann auch mal sein, dass mal eine Woche Pause ist, liegt einfach daran, dass ich momentan relativ viel Stress habe, aber das dürfte dann demnächst, gerade wenn wir dann umgezogen sind, dürfte das nicht mehr der Fall sein und dann wird auf jeden Fall durchgezogen, auch mit dem Sport. Aber ja, momentan ist es eine ziemlich stressige Zeit, liegt einfach daran, dass wir umziehen und dann gibt es noch so viele Sachen, die man so noch beachten muss, sei es jetzt mit Versicherungen, sei es, ich muss mir noch einen Steuerberater suchen und so weiter, es sind halt noch viele Dinge, die noch offen stehen, dann muss ich immer mal in die Wohnung, dann müssen wir die Wände streichen, tapezieren und so weiter. Also momentan geht es halt drauf und drüber und ja, deswegen ist man zeitlich schon ganz schön eingespannt, auch wenn ich vier Stunden an sich arbeiten gehe. Einige denken jetzt, oh vier Stunden, das ist ja gar nichts. Ich muss auch selber sagen, vier Stunden ist nicht viel. Das macht auch wirklich Spaß, die Arbeit, die ich mache. Ich habe mir extra einen Beruf rausgesucht, der mir wirklich Spaß macht. Erzieher ist halt genau mein Ding. Ich bin auch nicht im Kindergarten tätig, also ich arbeite mit Jugendlichen oder mit, ja, mit Jugendlichen würde ich sagen und mit Grundschulkinder sozusagen. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mir macht es persönlich riesigen Spaß, aber ihr habt schon recht, vier Stunden ist nicht viel. Aber man muss auch sagen, dass man sich an YouTube und Twitch derzeit investiert, gerade auch unter der Woche ist so extrem viel, dass ich mir jetzt auch momentan sage, solange der Umzug läuft und das ist bis zum 1. September, dass ich mir halt das Wochenende so gut wie es geht freinehme. Einfach aus dem Grund, dass meine Freundin halt am Wochenende dann immer bei mir ist oder ich bin bei ihr, wir gehen zusammen zur Wohnung, was weiß ich. Und da möchte ich dann halt auch die Zeit darin investieren, dass wir halt auch in der Beziehung einfach keine Zeitprobleme haben aufgrund von YouTube und Twitch. Deswegen kommt jetzt auch momentan so Freitag, so Samstag kein Livestream. So Sonntag mache ich dann zum Beispiel wieder einen Livestream oder versuche ein Video zu machen oder keine Ahnung. Aber auch erst abends, wenn meine Freundin dann wieder bei sich zu Hause ist, liegt halt einfach daran, dass sie momentan ein bisschen weiter weg arbeitet und ich genau in der anderen Richtung ein bisschen weiter weg arbeite. Und da lohnt es sich nicht, wenn wir dann zusammen... Also es lohnt sich nicht, das klingt immer doof, aber wenn wir jetzt von hier aus zusammen schlafen und sie steht dann auf, dann muss sie halt einfach 40, 50 Minuten auf Arbeit fahren. Das ist halt einfach nicht so nice. Deswegen machen wir das momentan so. Und bei mir ist es halt genau auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ja, also fangen wir jetzt einfach mal vom frühen Morgen an. Also ich mache am frühen Morgen entweder Sport, ich mache ein YouTube-Video, ich mache solche Real-Talk-Videos und alles, was ich so noch in der Zeit schaffen kann. Aber im Prinzip ist es meistens ein YouTube-Video. Dann komme ich auf Arbeit, dann bin ich so von 12 Uhr bis 16 Uhr auf Arbeit. Dann steht immer so noch was an. Also ich bin dann nicht immer 16 Uhr direkt fertig, kann nur sein, dass es mal später ist. Nachdem es dann 16 Uhr ist und ich dann endlich irgendwann gehen kann, mache ich dann entweder Sport, wenn ich ein YouTube-Video gemacht habe, am frühen Morgen mache ich dann nachmittags Sport. Oder wenn ich Fußballtraining habe, gehe ich dann nachmittags zum Fußballtraining. Es kann auch sein, dass ich manchmal vor dem Fußballtraining den Livestream mache und nach dem Fußballtraining den Livestream mache. Das heißt, ich bin eigentlich im Prinzip den ganzen Tag aktiv. Ich bin auch persönlich so einer, ich muss mich produktiv fühlen. Wenigstens so, dass ich was gemacht habe. Und wenn ich weiß, ich habe am frühen Morgen YouTube gemacht, ich habe Twitch gemacht oder was weiß ich, dann gehe ich arbeiten. Und dann danach habe ich Langeweile, dann fühle ich mich trotzdem schlecht. Deswegen möchte ich den ganzen Tag einfach irgendwas zu tun haben. Und deswegen produziere ich auch derzeit momentan so viel Content. Also jetzt wirklich nicht nur auf YouTube, sondern halt auch auf Twitch. Ich bin ja auch auf Incafextreme aktiv. Der Kanal, der läuft so gut wie noch nie, was mich auch mega freut. Und deswegen will ich da auch weiter durchziehen. Und ich finde es übrigens mega nice, dass diese Videos hier so krass ankommen. Weil, jetzt mal unterscheiden, das ist einfach mein Zweitkanal. Der war eine Zeit lang mega, mega, also von den Aufrufen mega schlecht. Mittlerweile läuft das schon ganz gut. Und ich muss auch sagen, diese Realtalk-Videos, die kommen ja mega gut an. Also da habe ich ja fast auf jedem Video über 1000 Aufrufe, was echt krass ist. Womit ich auch nicht gerechnet habe. Also ihr müsst es mal so sehen, ich hatte auf meinem Hauptkanal im Dezember durchschnittlich 4000 Aufrufe. Ich war auf meinem zweiten Kanal, Incafe, für ein Realtalk-Video, ein bis zwei, teilweise auch über 3000 Aufrufe. Das ist echt nicht normal. Und hier steckt halt kein Aufwand drin, außer halt die Zeit, die ich hier rede. Also schmeckt auf jeden Fall. Mir macht es halt auch riesig Spaß und so muss das sein. Ja, was gibt es dann eigentlich noch so? Also das Ding ist halt, ich treffe mich halt auch öfter mal mit Freunden. Also ich würde mich viel, viel gerne öfter mit Freunden treffen. Und das nervt mich halt auch extrem. Aber derzeit ist man halt durch den Umzug auch so eingespannt, dass man am Wochenende einfach keine Zeit hat. Am Samstag feiert mein Opa Geburtstag. So, da bin ich schon nicht da. Am Samstag habe ich auch noch ein Fußballspiel. Das heißt, den ganzen Samstag über bin ich halt zum Beispiel nicht da. Jetzt am Freitag, also ihr bekommt das jetzt eher erst später mit, also dann ist das Ganze schon passiert. Jetzt am Freitag habe ich halt noch, warte, müssen wir noch in die Wohnung, müssen wir noch im Baumarkt Dinge einkaufen, Farbe einkaufen. Dann Leim einkaufen zum Tapezieren. Und wir müssen noch irgendwelche Abdeckfolien kaufen, damit das für die Farbe, dass nichts auf den Boden tropft. Als sowas müssen wir einkaufen. Dann möchten wir schon am Freitag in die Wohnung, müssen wir noch ein bisschen sauber machen. Dass da kommen alles Dinge auf einen zu, das kostet halt auch einfach Zeit und Kraft. Und da muss man einfach sagen, so die Zeit, die kannst du dann halt dementsprechend nicht für YouTube und für Twitch investieren. Und das tut dann natürlich weh, weil du würdest halt gerne auch dein Zeug weiter voranbringen. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass das gemacht werden muss. Also ich muss auch sagen, sämtliches Geld, was mir jemals gespendet wurde, habe ich mir aufgespart. Und das wird dann halt alles in die Wohnung fließen. Und ich bin halt auch mega froh darüber, dass das alles auch momentan so gut funktioniert. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall mega auf die Wohnung. Genau, und am Sonntag hatten wir dann mal vor, meine Oma zu besuchen und dann nachmittags einfach baden zu gehen. Also das hatten wir schon lange mal vorgehabt, aber jetzt aufgrund des Umzugs und der ganzen letzten stressigen Zeit hatten wir es einfach nicht geschafft. Deswegen versuchen wir dann mal wieder einen kompletten Tag freizunehmen und zu chillen, sage ich mal. Da habe ich auch mega Bock drauf. Und ab Montag geht dann wieder halt das normale Leben los. Indem man halt wieder YouTube-Video macht, dann wieder arbeiten geht. Achso, da muss ich dann glaube ich wieder 8 Stunden arbeiten. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr nice. Aber ja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Also bei den 8-Stunden-Tagen kann es schon sein, dass ich dann, also nicht ausgelockt bin, aber dass ich dann schon ein bisschen fertig bin. Gerade am Nachmittag oder auch dann am Abend. Und gerade wenn ich dann noch Fußballtraining hatte, ist das natürlich auch eine Zeit, wo man sagt, ja, da könntest du dich auch mal ausruhen und dann kannst du auch mal eher schlafen gehen. Aber ich bin persönlich so einer, ich muss irgendwas gemacht haben, auch für YouTube und Twitch. Das ist mein Ding, das macht mir riesigen Spaß. Und deswegen bin ich halt wirklich auch bis nachts meistens aktiv und stehe dann halt früh schon wieder zeitig auf, um halt sowas zu machen wie heute. Es gibt auch manchmal so Tage, da klingelt mein Wecker, ich weiß ganz genau, ich könnte länger schlafen, aber ich will halt auch noch YouTube machen und so. Und dann drücke ich einfach auf Snooze und dann verpenne ich einfach nochmal über eine Stunde. Und da weiß ich wieder ganz genau, so eine Scheiße, du hast jetzt einfach eine Stunde länger geschlafen, anstatt du einfach eine Stunde mehr für YouTube und Twitch investierst. Das ist so dämlich. Aber es tut natürlich auf jeden Fall weh. Ja, was ich dann noch sagen wollte, gerade in Sachen YouTube-Livestreams. Ich hatte ja jetzt des Öfteren mal einen YouTube-Livestream gemacht. Ist auf jeden Fall eine geile Sache gewesen, hat mir auch riesig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das weiter durchführen kann und werde. Liegt einfach daran, ich darf das eigentlich gar nicht. Also auf Twitch steht geschrieben, dass man bei einem Affiliate-Partner, und ich bin Affiliate-Partner, dass man nicht auf anderen Plattformen streamen darf. Und dementsprechend darf ich eigentlich nicht auf YouTube streamen. Und das Ding ist halt, ich bin von Twitch finanziell am meisten abhängig, sage ich mal. Und dementsprechend muss ich da irgendwo eine Grenze ziehen und werde auf YouTube deutlich weniger streamen, als ich das jetzt die letzte Zeit gemacht habe. Ich weiß, es hat viel Spaß gemacht und mir hat es auch Spaß gemacht. Hat mich mal wieder riesig gefreut, dass so viele am Start waren. Aber ich glaube, das geht nicht. Also wenn ich Twitch verlieren sollte, wäre ich komplett am Arsch. Da wäre ich mega aufgeschmissen und dementsprechend versuche ich dann halt auch wirklich Twitch dann lieber komplett durchzuziehen. Und YouTube, was Livestreams angeht, ja, so ein bisschen zu vernachlässigen. Das klingt immer doof, zu vernachlässigen. Das tut natürlich weh, weil ich habe jetzt auch einige Kanalmitgliedschaften. Ich habe jetzt mittlerweile über 60 Leute, die einen Sub da gelassen haben auf YouTube. Ist eine überkrasse Sache, wirklich. Also vielen Dank für den Support. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und auch danke an jeden, der mir da was gespendet hat und was weiß ich. Es gibt ja einige Methoden, um mich da zu unterstützen. Hat mich auch riesig gefreut. Aber ich glaube einfach, das Risiko, was ich da eingehe, ist zu hoch, dass ich dann lieber sage, dass ich auf Twitch gehe und mich darauf konzentrieren. Also das auf jeden Fall dazu. Ich könnte das jetzt auch auf Risiko weitermachen. Ich denke, bei meiner Größe würde das jetzt nicht krass auffallen. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Also das ist momentan so meine Sache, meine Arbeit. Ihr wisst jetzt ungefähr, was ich am Tag mache. Dass es schon relativ stressig ist, aber dass es mir halt trotzdem viel Spaß macht. Das ist ja meine Leidenschaft, YouTube und Twitch. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr so am ganzen Tag macht. Bei mir ist jetzt gleich der Akku alle, deswegen muss ich jetzt schnell Schluss machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Ich denke schon an das Wänchen. Euer Alpha Kevin und ciao.